hallo und willkommen zurück bei alien stranded on a danke so hier bauen wir noch mal eine kleine erhöhung rein so hier auf die ecke passt doch super einer heim die hätten hier auch drüber bauen können das ist ja das interessante interessant wie der das baut was macht kana ach so kann er baut mit ist auch sehr interessant wie sie baut denn von da nach da so sehr interessante entscheidung zu bauen wir haben zu viel von dem fleisch das heißt die werden erstmal nicht zerlegt na daniel jetzt machst du es ein bisschen mit system dann geht es doch recht schnell war oder sollen wir die hier hinter stehen lassen macht das vielleicht sinn die sogar echt stehen zu lassen für die fliegenden weil dann kann man nämlich da reingehen hat besseren schutz okay der kann aber weg beziehungsweise nicht weg das machen wir jetzt überall sondern stellen wir die einfach um klar ratten hitze schlag machen wir alle heizungen aus die wir haben weiter wir haben echt scheiße warm wir brauchen unbedingt die kühlungen aber wir brauchen so vieles okay das ist aber echt eine extreme hitzewelle aber dann müssen aber die eigentlich knallen ich habe eben aus Versehen kopieren gerückt anstatt zu bewegen ja hier müssen dann theoretisch die anderen türme hin ja hier müssen dann theoretisch die anderen türme hin die wurden immer noch nicht bewegt aber zumindest dreht gerade keiner durch und die hitzewelle scheint auch noch in ordnung zu sein aber wir haben halt ein stromproblem dann machen wir die hier wieder aus dann machen wir die hier wieder aus der kommt weg der kommt weg drs 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 so der wird noch ausgeschaltet ich weiß nicht warum wir auf einmal so riesen stromprobleme haben er ist ausgeschaltet der auch den können wir auch mal ernte verbieten von denen haben wir erstmal genug so der kommt in den kraus kreislauf zwei müsste das sein der war bestimmt abwehr für gegen fliegende aber wir laufen dann einfach irgendwo hin ja komm wir machen hier jetzt auch erstmal holztürme dann hin ok hier sind fliegende dabei ja jetzt ist halt die frage ob die jetzt rumlaufen weil die hier direkt hier sind und 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 Das war's. So, freigeben. Kreaturen werden nicht geschlachtet. Aber wir müssen das Tor noch ersetzen. Na toll. Die sind einfach in alle Fallen. Das ist doch nicht schlecht. Ich hoffe, es kommt noch keine Idee. Jetzt dann hier... Die sterben an den Fallen. Ja, go! So. Die sind an den Fallen gestorben. Geil. So, ich würde gerne dann dieses Tor auch schon mal upgraden. Holztor einmal bitte abreißen. Das auch einmal bitte abreißen. Dann hier einmal wieder abreißen. So, dann einmal das Holzhäuschen, weil hier muss ja auch noch gebaut werden. So. 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 Einmal bitte schließen. Schön, dass die Treppe mal als erstes gebaut wurde. Ah, guck mal. Sogar eine Nahkampfwaffe. Aber haben wir noch. So. 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 Das Cockorial ist eine Franceânite, die es ist, die Quine, oder? Das laufenız. So, wie viele sind denn das? Mach mal anders. Neun, dass wir hier ne neuner Reihe haben. Wir machen das jetzt einmal rum, komm. Hab ich nicht gesagt, wir bauen erstmal zu Ende. Ja, ich mein, das kostet ja keine Elektronik. Das kostet nur eine Milliarde Müllschrott. Ich mein, in den Kommentaren stand, wir brauchen mehr Fallen. Und die werden jetzt gebaut. Mehr Fallen. So, einmal bitte neun. Danke. So viel Metallschrott gibt's gar nicht. Ich weiß. Du bist doch wahnsinnig. Und wie? Wir werden so nie fertig. Ich weiß. Wie kannst du das denn dann machen? Das ist eine gute Frage. Ja, was ist die Antwort? Weil ich's kann. Das war ja beim letzten Mal so gut, da hast du erstmal gewartet, bis alles gebaut wurde und jetzt das. Das wird doch nie was. Da ist Hoffnung und Malz verloren. Guck, da sind ein paar Lücken drin. Passiert. So. Reicht, glaub ich. Ich glaub, es reicht anfallen. So, wenn wir jetzt cool sind, dann bauen wir diese Doppelmauer, die wir hier haben, mit Geschützen drauf, nochmal auf der anderen Seite, hier so einmal drum. Und dann ist hier der Eingang, ne, hier die Tore sind dann zu und hier die Tore sind auf. Das heißt, die müssen dann hier reinlaufen, einmal hier durchlaufen, bis hier hinten hin und würden dann hier reinlaufen. Das wäre das Endprodukt. Aber das machen wir jetzt, indem wir dann einfach dementsprechend die Tore auf- oder zumachen. Je nachdem, wenn die hier sind, machen wir die Tore hier auf und da zu. Aber wir könnten auch einfach eine einfache Mauer hier ziehen, ne. Das würde er das dann auch machen. Uff. Uff. sehr schön wenn die einfachen basis laufen es sei leider immer in den slo wo geht ich habe nach glückwunsch ich bin gespannt wann der erste raketenwerfer steht wie viel fleisch haben wir 1500 ok wird nicht geerntet ich glaube ich lasse die einfach leben die fressen die halbe karte auf aber die würden auch die pilze wegfressen die orangenen pilze die ich noch brauche verdammt ich weiß halt nicht wo auf der karte die sind dass sie einfach nirgendwo sind ist ja schon eher kurios ich wohne die auch von schädlingen schon weggefuttert vielleicht verstecken die sich hier so im baum ist auf jeden fall ein boxer können auch einfach mal so machen so was haben wir hier drin hier orangene pilze hier sind die da beobachten auf geht's bisschen gefährlich greifen die jetzt an oder was da ist das mit zu nah jetzt bei den gegnern verdammt ja hier ist halt direkt ein nest ne aber eigentlich sind wir noch weit genug weg ach komm Daniel du kriegst das hin komm schon Daniel hä sind jetzt alle weg wie sind die denn jetzt alle die sind ach so die hauen von selber ab ah der 3d drucker ist scheinbar fertig müssen aufpassen dass wir nicht zu nah kommen auch wenn ich das so gerne erforschen wollen würde boah dass der aber so lang dafür braucht aber dass die auch so stark sind Daniel du knallst das durch ne ich glaube nicht du hast dir extra eine rüstung angezogen einfach so beeren starker hunger ja egal du willst das durch kann vor die insekten kommen und ich essen so die glitzer kappen glitzer kappen auch kann ich bei mir sogar relativ gut anbauen sooo wir haben jetzt alles andere hier ja rein 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 außer der der pazifik der der pazifa der der pazifier und Daniel schon zurück ach krass der schon schlafen wie schnell der zurück war wieso laufen die wieso laufen die wenn die doch hier an sind aktiver kreislauf 1 wieso laufen die die soll noch eigentlich aus sein 2 9 10 10 11 14 14 15 15 15 15 14 ich verstehe nicht warum die laufen das macht für mich gar keinen sinn das war doch relativ nah ich dachte schon das klang total laut aber das hat doch die ganze zeit geklappt was ist jetzt auf einmal anders wechseln wir nochmal den kreislauf alle batterien sind voll wir haben 100 prozent ladung ich verstehe es nicht ist das ding kaputt ich verstehe es nicht ich verstehe es nicht so carbon räume es gibt sogar carbon dach doch carbon verteidigungswelle dass das ja worum es ging eine pilz fackel ich verstehe nicht warum warum die laufen das hat doch die ganze zeit funktioniert funktioniert ich verstehe es nicht sind eigentlich hier schon mal ein paar thermostate fertig und hier hier ist fertig ach jetzt check ich es 10 10 die thermostate lassen den laufen der ist die 9 und der ist die 9 so zieltemperatur 22 moment ich glaube der soll die heizungen dingsen nicht die kühlungen die heizungen wir machen mal keinen so der ist im 10er so der ist im 9 aber hier haben wir gar keine ja der kommt keinen haben wir hier ein thermostat drin ja das ist der 7 so der eingeschaltet 7 7 eingeschaltet und der ist noch nicht gebaut das wird dann ein 6 so ok wir haben irgendwo noch einen 1 wer wurde jetzt gebaut der auf 1 ist so der ist im 9er 10 10 7 der wird 6 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 11 15 gibt es hier eine übersicht wobei das machen wir beim nächsten mal der hier 3 ja ist das genau der ist 3 34 der muss noch ins in 44 44 gut also das war's für diese folge wir sehen uns in den nächsten folge wieder also bis dann